Ich freue mich jetzt auf eine Künstlerin, die ihr inzwischen alle kennt. Die ist nämlich von Null nach ganz, ganz oben gekommen. Und zwar ist das nicht so über Nacht geschehen, wie das viele denken, nur weil ihr Produzent Dieter Bohlen heißt. Nein, sie hat auch reichlich viel Eigenleistung gebracht. Das heißt, sie hat viele, viele Talentwettbewerbe gewonnen, bis schließlich Dieter Bohlen gesagt hat, Mensch, die ist ja wirklich gut. Und daraufhin hat er ein Lied für sie geschrieben. Und das ging auch gleich ganz nach oben. Das nächste auch. Und heute ist sie bei uns mit ihrem dritten Lied, das auch jetzt schon wieder in den Top Tennis. Und zwar ist es CC Catch mit Strangers by Night. Wenn du da bist, ich fühle mich, ich fühle mich, ich fühle mich. Und da bist du da bist, ich fühle mich, ich fühle mich. Und da bist du da bist, ich fühle mich, ich fühle mich. Und da bist du da bist, ich fühle mich. Und da bist du da bist, ich fühle mich. Und da bist du da bist, ich fühle mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020